Ich muss immer mitwandern. Mikrofon muted. Ich muss ganz gechillt bleiben. Sechs Gegner. Ha? Hast du was? Ja. Das galt nicht uns. Ja. Lass die battlen. Ja. Jetzt? Ja, dann machen wir das dann. Jetzt? Ja, langsam. Vorrückung. Warte noch nicht so schnell. Warte. Zwei Gegner. Ne, ein Gegner. Und wir sind in der Barrier. Er muss zu uns kommen. Er ist vor mir. So geht das. Das war doch nett. Nice. Und sie. Ihr habt jetzt keinen weiteren gekillt. Nein. Denn 210 ist eine Vermutung, dass da irgendwo in den Heuballen was ist. 240 von mir aus. Wo denn? Wo denn genau? Kann ich nicht sagen. Ungefähr hier in der Mitte. Der ist schon drin. In die Richtung wo ich markiert habe. Grün. Er kann mich sehen. Krass. Ich bin gesehen. Da ist er. Da war er doch. In die Richtung wie die ich zeige. Genau wie im weißen Kreis ist der jetzt. Ja. Der ist direkt gestorben. Da muss noch irgendwo einer sein. Ich lebe noch. Krass. Ah, jetzt bin ich tot. So jetzt kon... Mikrofon muted. Konzentrier dich. Wenn nicht hier in der Mauer liegt. Da ist er. Da ist er noch. Mikrofon aktiviert. Nice. Ah. Schön. Gemacht. Hallo? Ja. Mikrofon. Gleich kommt dieser Typ da. Bestimmt. Ich habe den einmal leider nur erwischt. Sieben Gegner. Oh, ich sehe Gegner Südosten. Zwei Gegner. Nicht select! Äh, die haben mich jetzt erblickt. Kom her! Jetzt Officer. Drei Gegner. Sind die oben am Berg tot? Ja, nein. Da ist einer bei der Röhre. Zwei. 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 zwei sogar zwei bei der röhre und die beiden da oben es können maximal nur noch drei sein das heißt zwei bei der röhre und noch einer irgendwo röhre piekt müssen die zone an dennoch nicht über der röhre will er pieken hat einen hit die wollen immer über der röhre pieken auch einer bei der röhre tot er nockt nicht gleich der tötet mich mich immer noch an der röhre ich bin drin wenn du schaffst mich aufzustellen dann haben wir eine bessere chance noch der eine gegner da der an der röhre ist der letzte der an der röhre ist der letzte idee ich hab den gerade getötet ok ein gegner noch du schaffst mich nicht mehr aufzustellen oder ich hab keinen helm mehr ja ich hab keinen helm mehr aber auch keine beste hast du einen kit über meine zahlen funktionieren nicht warum funktioniert meine zahlen nicht pass 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 leute gegner 230 los ausgenockt ich hab den einmal gefinisht der war aber hier außerhalb hier unten direkt oder ne ne da vorne auf dem berg südwesten siehst du die unterrollen die leichen vielleicht da im südosten da sind noch so ein paar ich seh den nach 40 40 er ist fucking low er ist direkt bei nordosten hinter so einer düne verschwunden außerhalb der barriere oder noch drin der ist drin der ist drin der ballert da rum auf jeden fall ich bin ja auch nicht ganz drin ich kann dir jede menge droppen ja die granate ist gut gelandet zwei leute direkt unten direkt und einer ist mega laut weiter und der letzte ich sehe ich sehe ich sehe er ist 60 grad kannst du mal sagen wenn er piekt dann kann ich er piekt die ganze zeit er hat mich er zieht jetzt auf euch glaube ich er ist in der düne verschwunden ich versuche ihn jetzt zu pushen das ist meine einzige chance ich habe keine smokes oder so damit wird er vielleicht nicht rechnen direkt vor dir ist doch der letzte gegner jetzt er hat mich ausgenockt also getötet ja 3 und da sitzen zwei typen direkt am werk dran alter ja das auch vor allem ich habe den einen doch fast ausgedacht und hätte ich noch dreimal mit der mini in die fresse geschossen nicht nice ha ich habe mal gerade noch außer sie rennen ganz oben rechts rum aber dann mussten sie an dir vorbei ich schmeiß ein paar granaten gerade mal in die büsche just for the lols glück auf vier jetzt fünf mal ich setze mich mal ganz close ans haus das war dir das nein ich war eine die schmeißen jetzt auch kann ab nochmal von wo rein bleiben dann nicht aus der hütte vielleicht der hengst rein lässt dich irgendwo zu sein kann irgendwo bei mir in der nähe zu sein war schüsse man schießt doch den scheiß zieg rum und halb kiff westen cool ja ich habe ihn gerade gesehen sauber schön gemacht You can do Nero.